Hallo, ich bin Level 4 und ich hol mir noch ein Bier. Na, noch mehr schlechte Wortwitze könnten folgen. Okay, wir sind wieder hier bei Castlevania 4. Ähm, die Teile sind nicht ganz ohne. Einen Treffer, wir sind tot. Aber wir können auf die Teile draufspringen. Aber, das werde ich nicht riskieren. Wenn man mal abrutscht, dann sind wir tot. Dann sind wir sofort tot. Das ist kacke. Und die Spinne, es nervt einfach so. Und außerdem sieht sie kacke aus. Und ich habe Angst vor Spinnen. Das ist so. Okay. Und jetzt, diese grünen Tropfen tun weh. Nicht wie in einer Höhle, nein. Diese tun wirklich weh. Und hier ist eine Pflanze, das konnte man noch sehen. Die zwei Schläge verträgt, wow. Oh, das Ding wurde erstmal kaputt gemacht. Ich hasse, wie ich diesen Gegner hasse. Diesen Gegner hasse. Habe ich schon gesagt, dass ich diesen Gegner hasse. Diese hässlichen, ekelhaften Augen. Jetzt vertragen die sogar zwei Schläge. Wird ja immer schöner hier. Okay. Oh nein. Äh, gut. Das heißt, wieder geduckt laufen. Oder das Koppel kann ja sogar stehen machen. Natürlich werde ich jetzt noch getroffen von diesem Scheißteil. Okay. Aber jetzt. Eins, zwei, drei. So. Soll ich nicht springen? Sondern jetzt erst. Okay. Ich gehe erstmal vorbei. Und dann gehe ich wieder das Teil auf. Nein, du Scheißteil. Ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Nein, wie kacke ist das denn, bitteschön? Und jetzt habe ich Angst. Oh, es wird zu eng. Okay, okay, okay. Und eins. Und eins. Komm schon, komm schon, komm schon, du scheiß Auge. Na, natürlich. Komm. Natürlich. Du kack Auge. Ich dich hasse. Okay. Das hat es gewirkt. Ähm. Ich gehe erstmal hier unten weiter. So. Hm, hm, hm. Was gibt es hier? Ich mache es lieber noch nicht kaputt. Sonst ist da wirklich noch... Na. Okay. Ich muss also wirklich da unten. Nein, du scheiß Auge. Das ist nicht wahr. Ach, du Kacke. Nein, 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 nein. Mache ich irgendwie das Ding ja kaputt? Nee, will nicht. Dann ist das mal eine richtig beschissene Stelle hier, würde ich behaupten. Ich werde erstmal das Auge. Was das für einen Kack macht. Wow. Ich wäre fast tot gewesen. Ganz schön eng, die Stelle hier. So. Oh, ich wäre fast wieder reingelaufen. Nein, da kommt er wieder her. Okay. Das Auge. Was macht das Auge? Ich habe so Angst hier. Ich habe so was von kaputt hier zu sterben. So, jetzt kommt du Auge. Komm her. Perfekt. Okay. Ich mache hier keinen Safe State. Es hat doch so geklappt. Denn ich bin awesome grau. Und das passt schon alles. Okay. Hat doch alles gepasst. Sehr schön. So muss das laufen. Das Auge ist wieder da. Das Kack Auge ist wieder da. Aber wir haben es geschafft. Okay. Auge ist wieder da. Nein, 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 nein. Du machst hier nichts, Freundchen. Was? Was? No way. Ich darf auch nicht runterfallen. Dann bin ich auch sofort tot. Wow. Ich erfahre mir mal ein bisschen mit der Axt. Das ist mir gleich ein bisschen lieber. Komm, jetzt stopp doch mal. Dankeschön. Okay. Sieht doch alles ganz gut aus. Noch bisher. Also für diesen Level geht es. Also es ist mit einer der schwierigsten Level in diesem Spiel. Von daher geht das alles wirklich noch. Eins, zwei, drei. Und wir sind durch. So. Damit haben wir auch schon mal den ersten Teil dieser Stage geschafft. Das kann leider nur noch schwieriger werden. Okay. Und wir müssen durchlaufen. Okay. Das passt. Jetzt kommt diese abgefuckte Stelle. Okay. No. No. Ah, fuck. Nein. Wir fangen von hier unten wieder an. Ach, du Scheiße. Ja, das hängt ja mal lustig an hier. Ich habe noch zwei Leben. Ach. Das wird jetzt mal so richtig spaßig hier. Fucking. Nein. Wo kommt die Spinne her? Okay. Du Kack. Du Viech, ey. Du Kacken. Ich habe sowas von. Kein Bock auf dich. Okay. Verlängerung ist da. Jetzt fühle ich mich wieder halbwegs sicher. So. Das Ding habe ich mir gemerkt. Da oben kommt gleich wieder ein Auge, wenn ich mich nicht ganz irre. Genau. Wow. Das war knapp mit meinem Freund. So nicht. So. Eins, zwei, drei und vier. Habe ich einmal verfehlt oder was war los? Auf jeden Fall habe ich eben gerade ein Leben zurückbekommen. Das ist doch sehr erfreulich. Okay. Wir gehen weiter. Hier kann ich vorbeilaufen, habe ich mir gemerkt. Okay. Eins, zwei, drei und vier. Jetzt nicht springen. Ich gehe jetzt den oberen Weg direkt. Nein, nein, nein. Geh nicht weg. Boah. Hätte mich der in die Spikes reingeschubst, wäre ich böse gewesen. Aber sowas von böse. Aber bechtig böse. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, nein. Du stupst jetzt sofort. Gut. Tu mir den Bild in Gefahr, ja? Okay, das war nur ein Herz. Puh. Nein, das kannst du vergessen, du scheiß Auge. Nein, ich duck mich wieder. Erreiche ich das Teil? Nein, das riskiere ich lieber nicht. Was soll ich jetzt machen? Äh, okay, mach jetzt. Eins, zwei und gehe wieder zurück. Oh, wieder eins, zwei und gehe wieder zurück. Gut, das hat auch geklappt. Und ich hüpfe... Und ich ducke mich wieder. So, und hüpfe jetzt. Wieder schinken. Sehr gut. So, den hau ich jetzt wieder kaputt. Und hoffe, dass ich nicht wieder gleich in dieser Bödenstelle sterbe. So, denn wir sind heute mal awesome. Wisst ihr? Nicht mal so ein bisschen toll, weil wir sind awesome heute. So, ich ducke mich jetzt erstmal wieder. Okay, und... Na, hohohohohohohoho. Okay, ich bleib jetzt hier oben. Und hüpfe gleich noch das andere Teil drauf. So. Ich komme mal so ein bisschen doch eher noch voran. Okay. Das sieht mir unfair aus. Okay, jetzt geht noch. Die Teile da oben, die nerven mich jetzt schon. Okay, eins und... Komm schon. Komm, ein Schlag. Was? Okay, haben wir das auch gepackt. Messer. Okay. Und Vorsicht. Die Teile kommen runter. Die Teile kommen runter. Und dann kann man ja auch so durchlaufen. Das geht eigentlich alles. Und ich will eigentlich jetzt nicht mehr riskieren. Oh nein, du blödes Mistviech. No, du kannst nicht mal. Du bist jetzt weg. So, oh nein, du bist schon wieder eins. Ich drück mich erstmal. Werf mal mit dem Messer ein bisschen. Das ist eigentlich eine blöde Lage hier. Okay, komm, komm her. Oh, scheiß Teil. Wow. So, komm her, komm her. Du kannst mich jetzt nicht kommen. Ich komme jetzt zu dir. Okay, hat er noch gesessen. Kommt da was runter? Ja. Okay. So, ein böser Sprung, wenn man ihn böse timet. Und hüpfen. So, kommt da noch was? Ich glaube nicht. Okay. Ja, es sieht doch eigentlich manchmal so schlecht aus hier eben. Ist hier Schinken? Ja, ich kann aber nicht gebrauchen. Was dann mache ich jetzt damit? Egal. Verdammt. Hätte ich das gewusst, hätte ich hier noch vielleicht mal zurückkommen können. Na super. Hier geht was kaputt. Und am Ende ist bestimmt irgendetwas, was mich da runterschubst. Und ich bin tot. Okay, dann hüpfe ich nämlich mal einfach. Und ducke mich da. Und... Was, du blödes... Nein! Toll. Okay, das ist Gift und tut mir nur weh. Aber trotz... Wow, wie viel der mir das abgezogen hat. Das geht ja mal gar nicht klar. Na toll. Okay. Dann sind wir erstmal hier raus. Ich glaube, wenn wir jetzt sterben, kommen wir auch hier wieder raus. Zumindest das. Zumindest das. Also, ich schätze mal, dass wir hier nicht mehr Game Over gehen werden. Dann müssen wir zumindest diese Level nicht mehr von vorne starten. Das ist ja schon mal zumindest etwas. Was? Okay. Hier muss man jetzt aufpassen. Man kann nämlich diese... Teile nämlich hier kaputt hauen. Man kann die weg. Also hier dieses... Man kann mal kurz... Nee, ich will es nicht zeigen, sonst tue ich mir nämlich weh. Nicht so eine klug Idee eigentlich. Denn wenn ich die Treppe oben haue, dann kommen Teile runter, die können mir auch wieder schaden. Ist nicht so toll. Aber was ich tun werde, ist... Ich gehe hier lang. Und das Ding werde ich jetzt hier irgendwie hier so mit so einer Schlängelei kaputt machen. Komm, geh weg. Geh weg. Geh weg. Okay, passt. Jetzt muss ich hier aufpassen. Das ist eine Unterfalle. Okay, das ging alles noch. Wow. Hier aufpassen. Okay. Was haben wir hier? Okay, das werde ich alles... No. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Wie soll ich denn den Sprung schaffen? Der gehe ich lieber hier lang. Was zur Hölle? Was gibt es hier? Nur ein Herz. Okay. Ähm, keine Ahnung. Später mache ich mich runter und es tut mir weh. Aber ich habe überlebt. Das ist das Wichtigste erstmal. Wow. Ich hasse diesen Level. Ich diesen Level doch hasse. Deswegen haue ich erstmal K.O. Gucken wir mal, was hier drin ist. Vielleicht ist hier noch ein Schinken. Vielleicht ist da. Ich kann nicht hüpfen. Vielleicht ist da ein Schinken. Da ist sogar wirklich ein Schinken. Fucking. Ich komme nicht ran. Nee. Gut. Dann ist es nochmal so. Dann gehe ich jetzt hier runter. Okay. Und da kommt wirklich der Emboss. Super. Ganz tolle Sache. Das muss ich hier auch gut timen. Okay. Gepackt. Okay. 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 Ich habe ein bisschen Angst, dass was kommen könnte. Denn ich brauche nicht mehr viel und ich bin tot. Da habe ich keinen Bock drauf jetzt nicht mehr zu sterben. Gott. Voll echt nicht. Könnt ihr das nicht verstehen? So. Ähm. Kommt der. Nee. Kommt mir nicht zu nah. Okay. Das Ding hole ich mir aber auf jeden Fall. Äh. Herzchen kann ich drauf verzichten. Aber ich springe jetzt und bin jetzt durch. Okay. Hat sich das auch erledigt. Eins und zwei. Ey Leute. Gib mir bitte Schinken. Bitte gib mir Schinken. So. Das habe ich jetzt auch. Da kommt. Nein. Da kommt ein Auge. Ey. Das ist das Wichtige aber erstmal. So. Okay. 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 Und ich bin drauf ohne Schaden zu nehmen. Sehr schön. Ich wollte den Scheiß. Dolch nicht. Aber kann ich jetzt jetzt für. Ja bitte gib mir Schinken. Das ist cool. Da kann man einfach ganz normal geduckt durchgehen. Ohne betroffen zu werden. Wer das weiß. Ist der Klügere. Okay. Die kommen. Nur umschlippenstelle raus. Ne. Ganz kann ich nie mal kurz her. Und ohne Schlag machen. Ah. Brustkeule. Sehr schön. Ist das fein. Und die Teile hauen mir in den Kopf rein. Aber es scheint Simon in dem Fall nicht. Keine Probleme zu machen. Mir sollte es egal sein. Okay. Zack. Und Kohle durch. Jetzt auch. Okay. Und dann komm ich wieder hoch erstmal. Ich will jetzt noch Brust oder Keule haben. Komm. Der ist ja überhaupt kein Gegner. Der ist ja festgebunden an so einem Ort. Voll traurig eigentlich wieder. Hier muss es doch irgendwas geben. Hier muss es doch irgendwas geben. Nein. Hier gibt es doch ja nichts. Ach. Manchmal möchte ich das Spiel ein bisschen unawesome. Unawesome. Mhm. Okay. Merken wir uns das Pattern hier. Eins. Zwei. Drei. Da 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 da. Okay. Nein. Ey. Natürlich. Dann springe ich rein. Zumindest kommen wir hier raus. Ja. Ist das nervig jetzt ey. Ich habe schon fast mehr keinen Bock mehr an diesem Level. Das ist einfach so ein Kacken hoch 10. Komm. Jetzt geh weg. Okay. Wir sind durch. So. Eins. Und zwei. Ah. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Level habe. Die Musik ist eigentlich auch wieder cool. Aber ich habe. Ach. Mein Gott. Ich würde lieber so epische Musik hören. Statt diese. Epische was ich meine. So. Dich hole ich mir jetzt. Und. Ah. Es war knapp. Äh. Nicht blöd. Okay. Es hat noch gepasst. Huuu. Okay. 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 Und. Das haben wir auch gepackt. Kommt wieder das scheiß Auge. Das Auge der Wahrheit. Hoffentlich. Ist es das nicht. Was. Du hältst jetzt drei Schläge aus. Okay. Das eine war ein bisschen läppisch. Kann sein. Okay. Der nächste. Wieder aufpassen. Und wir sind durch. Ach. Ich wollte den scheiß Dolchern nicht haben. Ich wusste dass er da ist. Wäre so ein typischer Grau kann man sagen. Na gut. Ich glaube dieser Part wird jetzt richtig richtig lang. Aber ich werde ihn nicht schneiden. Wie gesagt. Ich mache das bis zum Boss. Oder bis ich. Oder bis. Na das war knapp. Okay. Oder bis ich wirklich Game Over gehe. Könnte beides gleichzeitig kommen. Ne. Ähm. Gucken was dabei rauskommt. Okay. Ich werde jetzt nicht mehr oben lang gehen. Ich gucke mir dieses Pattern etwas länger an. Okay. Der zweite steht lang. Der zweite kommt. Gehe ich hin. Okay. Ich gehe jetzt einfach. Oh. Und. Wow. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Und der Boss ist da. Okay. Mit voller Energie geht das sogar noch. Okay. Wer ist es? Es ist Frankenstein. 1, 2, 3, 4. Und wir ausweichen. So. Und. 1, 2. Und ausweichen. Und. 1, 2, 3. Und. Na. Wir wurden getroffen. Aber es geht eigentlich noch. Frankenstein ist eigentlich nicht so ein schwerer Gegner. Hm. Wir können sogar seine. Potions kaputt machen. Wow. Aber trotzdem. Der ist jetzt weg. Schuss Frankenstein. Das ging ja noch. Gut. Haben wir den auch gepackt. Und. Und. Wir sind awesome. Gut. Ein schlimmer Level ist vorbei. Und ich bin froh, ihn geschafft zu haben. Wo geht es nun hin? Geht es jetzt nicht in die Schatzkammer? Ist es das nicht? Die Schatzkammer ist nämlich richtig geil. Das ist einer meiner Lieblingslevel in diesem Spiel. Wir gucken uns das noch an. Dann beende ich diesen Part. Ich glaube es ist die Schatzkammer. Yes. Es ist die Schatzkammer, Leute. Okay. Ich beende diesen Part. Bis zum nächsten Mal, Leute.